Die Headlines des Tages. Klimagipfel in Dubai mit wenig Hoffnung, Ärztinnen und Ärzte mit Protestmarsch durch Wien unterwegs und ist die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung? Die Weltklimakonferenz in Dubai stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Sultan Al-Jaba ist als Gastgeber umstritten, weil er einen Ölkonzern leitet. Kürzlich soll er außerdem behauptet haben, laut Wissenschaft brauche es gar keinen Stopp von Öl- und Gasförderungen. Al-Jaba fühlt sich falsch verstanden und setzt dem jetzt entgegen. Wir sind hier, weil wir sehr an die Wissenschaft glauben und sie respektieren. 43 Prozent der Emissionen müssen bis 2030 reduziert werden. In Dubai wird derzeit heftig um den weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas debattiert. Es ist das meist umstrittene Thema. Die Emirate und mehrere andere Länder wollen weiter auf fossile Energien setzen und Technologien wie die CO2-Speicherung nutzen. Die Wiener Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal gingen am Montag in Wien auf die Straße. Beim Protestmarsch durch die Wiener Innenstadt forderte die Ärztekammer höhere Gehälter, mehr Personal und weniger Bürokratie. Ja, das bekommt jeder mit eben. Die Bedingungen sind nicht gut. Das Personal entschwindet aus dem Spital und man muss jetzt Sofortmaßnahmen ergreifen, aber auch an mittel- und längerfristigen Lösungen arbeiten, damit man das System stabilisiert. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ein entsprechendes Verfahren werde gegen mehrere Mitglieder geführt. Grundlage sind die jüngsten Proteste. Dabei hatten sich die Protestierenden mit einer Sandsuperklebermischung auf der Südautobahn und am Wiener Ring festbetoniert. Innenminister Gerhard Karner würde jedenfalls eine Verschärfung der Gesetzeslage gutheißen. Wir haben die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die da sind. Über 650 Festnahmen, die wir durchgeführt haben. Zahlreiche, hunderte Verwaltungsanzeigen, tausende in Wahrheit. Wir fahren hier mit allen Möglichkeiten des Gesetzes hier konsequent an die Sache heran. Aber wenn es hier zu einer Verschärfung kommt, dann soll man das Recht sein und wird es auch für gut halten. Dementsprechende Vorschläge werden ja auf Ebene der Parteien auch diskutiert. Im Ringen um einen Gehaltsabschluss im Handels-KV haben sich die Sozialpartner auf einen neuen Gesprächstermin geeinigt. Am 7. Dezember soll eine Lösung für die 430.000 Angestellten im Handel gefunden werden. Zuletzt hatte es Warnstreiks in über 300 Betrieben gegeben. Sollte die fünfte Runde wieder keinen Abschluss bringen, würden die Warnstreiks gleich am Tag darauf fortgesetzt. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at. Warnschicht